Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Päon Beförderungen anzunehmen bei Kivo im Schattenhochland an dieser Position. Vorquest war, wo sind die Arbeiter? Quest ist angenommen. Nun soll ich drei Päons befördern. Die Quest ist ziemlich einfach. Da läuft man hier hinein, gleich in dem Gebäude daneben, mit den Flaggen daneben. Läuft weiter nach unten und hier seht ihr Haufen Päons. Ich glaube es ist völlig egal welchen zu was ihr befördert. Die Quest wird so oder so abgeschlossen. Päon, er wurde zum Päon zweiten Quades befördert. Ja, dann ist mir dieser Typ hier noch sympathisch. Chef Päon und dieser Ohr mit dem Licht auf der Mütze. Aber der hat auch Licht auf der Mütze. Aber der hat auch noch einen Hut. Das ist der leitende Päon. Der hat Führungsaura. So, dann wieder hinauslaufen. Quest ist abzugeben bei Kivo im Schattenhochland an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir gerne auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Ich blende euch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Würde mich freuen, wenn ihr den benutzt. mit denen ihr Date ist okay. Und da... ...